So gleich geht's weiter und zwar hier müssen wir hin, da müssen wir hin, aber ich würde gerne noch hier was vorbeigucken wegen dem zusätzlichen Waffengottes, das mache ich jetzt auch gleich, bevor wir nach Ramanaki, das muss man so aussprechen, reise hin. Ich will jetzt ja nicht zu Fuß hinlaufen eigentlich, gibt es ja nicht was in der Nähe ist, gibt es ja nicht irgendwas. Kann man da nicht? Vielleicht, da gibt es Autos. Na, gibt es in der Nähe Autos. Da vorne, genau. Hab ich für die Waffe auch irgendwas? Ja, ne, ne. Ach, da vorne, okay, gut. Unsere Leute. Darf ich die umfahren? Aus dem Weg! Du bist doch nicht, lauf du einfach aus dem Weg, Entschuldigung. Sheryl Goat. Okay, Arvus Goat. Was war denn das? Ich wollte nicht einen parken, näher. So, hier geht's dann gleich. Auf die Bremse. Einmal ums Auto rum. Da seh ich noch einen Schatzfunkel. Mitgenommen. So, ich weiß auch nicht, warum ich immer rechts einsteig. Vielleicht, damit ich an dieser hawaiianischen Puppe vorbei darf. So, ähm. Ich bin sicher, ich komme nicht auf die andere Seite von dem Berg. Hier. Oder ich falle hier runter. So viele Pflanzen auf dem Terminier. Ich glaube, ich muss die ausschalten. Kann nicht. Das muss man wieder aussteigen. Ja, ein paar davon pflücken. Das sieht aber... Wollt ihr ein Tampi? Da geht ihr auch. Oh, ist doch... Oh, man. So kann das gut aus. Vielleicht wird's euch machen. Ich sag euch, ich werde von einem Bären gefallen oder irgendwas Großes. Wahrscheinlich ein Dinosaurier. Die haben hier auf der Insel überlebt. Oh, da ist ein kleines Bambus-Ding. Hält, äh, eisern Stand. Da gibt's einen ganz einfachen Weg hin. Ah, ich steig hier aus. Äh. Achso. Wie? Bin ich der Hund? Da vorne hab ich was gesehen. Es rennt, es rennt. Sie jagen ein Bild. Hier. Mhm, mhm. Foto machen. Okay. Ey, ich glaub, die verfolgen nämlich so ein Reh und ich brauch das Rehfell, um einen Walfenkuch zu erweitern. Das will ich doch schon haben. So, haben sie es gekriegt? Haben sie es erlegt? Oh Gott, Reload, Reload. Wie viel steckt denn der Hund ein? 100 Kugeln. Ja, find ich auch, aber... Irschfell. Ich hoffe, ich brauch nur eins davon. Wundefell? Wundefell. Davon brauch ich nix mehr, ne? Ne, glaub nicht. Hab aber nicht mehr mit Munition und damit irgendwas zu jagen, das gibt's noch nicht. Ich hoffe, ich find den Waffen, äh, den zweiten Hirsch gleich. Wer... Wer... Mann, vielleicht geht's auch schon so... Komm. Brieftasche, was brauch ich für das? 1, later. Ja. Okay, und für das? Robust der Waffenkurt. Hirschfell, noch eins. Na super. Hab mich leider nicht verguckt. Da ist schon eins, oder? Wart es schon was? Bist du ein Hirsch? Hold still, Schweinehund. Let will only sting for a little moment. Oh. Hab ich erwischt? Oh. Habe ich's erwischt? Ich glaube nicht. Hier eure Schritte. Ich hoffe, das sind meine. Mann, sag jetzt nicht, ich muss jetzt ewig warten, bis die wiederkommen. Ich war der Meinung, ich hätte die erwischt. Also das eine. Hier hat man doch bestimmt einen super Ausblick auf... Nichts. Lohmann. Nichts. Gar nichts. Es ist einfach dunkel. Gespottet. Ja, ich weiß das noch eins, aber ich püsch mich jetzt langsam an. Und? Das wollte ich genauso. Ich weiß, ich hab zwei erlegt, glaube ich, jedenfalls. Hoffe ich. Das wollte ich nämlich auch. Wo ist das andere? Kann ich es dadurch auch sehen? Na, egal. Hauptsache, ich hab das genügend Stuff dabei, um das zu bauen. Ja, robust aber für kurz. Uh. Oh, was brauch ich für den nächsten? High Leder, wahrscheinlich so irgendwas. High Haut, gar nicht mehr so schlecht. Naja, High Leder. Gut, High Haut. Zwei Stück, ne. Kriegen wir irgendwann. Irgendwann werde ich auch das hinbekommen. Kann ich hier nicht die Schweinhaut irgendwie abkratzen? Ähm. Ah. Ja, jetzt schnell zurück zum Lager. Und unsere Zeugneu kaufen. Ja, schnell reise an dieses Nord. Ähm. Und gleich mal eine neue Waffe holen. Nicht die AK. Und auch nur die nicht, weil die keine Aufsätze haben kann. Irgendwie, anscheinend. Da täusche ich mich auch. Aber ich mag die Waffe irgendwie nicht. Die ist zu... Die gibt es einfach zu oft. Das wäre zu einfach, wenn ich mit der spielen würde. Wo ist der Typ hin? Die wollen auch irgendwas. Erstmal zu der guten Lady, die wir schon kennen. Guten Abend. Ich will ganz, ganz viel Schulden verkaufen. Für nur 223 Dollar. Und 999, perfekt. Bring die Funkturme online. Dann kann ich der mir V-Stuffen verkaufen. Nein. MPs. Schrotflinten. Scharfschützengewehren. Ja, genau. Das Ding. Welches ist besser? Genauigkeiten. Wir wollen das hier. Das... Das... Das auf jeden Fall. Nicht genug Geld. Warum? Achso. 1800. Dann nehmen wir eben das. Keine Aufsätze. Egal. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegenen Dörfern bestellen. Und glaub mir, die Räume sind genau den Shit, den du brauchst. So, mal sehen, unter Munition. Gehen wir da auf für den 168. Pistole-Mund-CMP-Munition, Schrotflinten-Munition. Oh, ich hab ja noch fast von allem was. Ich hab sogar LMG-Munition, obwohl ich gar keine hab. RPG. Na okay, da hab ich nix. Holy crap. Okay, ähm... Pistolen. 35 eigentlich nur. Ja, 35. Ähm... Und irgendein erweitertes Magazin. Äh, halt jetzt... Die sind hin und her wechseln, ich weiß. Ähm... Erweitertes... Waffengurt, Brieftasche, 9... Waffengurt... Waffengurt, Munitionsbeutel... Gut, Büffelfell. Und los geht's. Wiedersehen. Was ist das hier? Hm. Mach deinen Einsatz. Du bekommst fünf Messer und ich bekomme fünf Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich gewinnt? Exkarte, natürlich. Nein, Anfänger. Keine Ahnung, wie es geht. Ich kann da gar nix. Oh, wie schick. Ich werfe dir den Rücken, wenn du nicht aufpasst. Hm. 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 Das ist in der Tat knapp. Ich habe sogar angeritzt. Okay, nächstes Mal setze ich was. Ah, fuck. Okay. Jetzt geht's ab. Was zum Teufel? Okay. Das ist ja in der Tat merkwürdig, wie die Messer fliegen. Jetzt mal versuche ich, ihn mit dem Rücken zu werfen. Aber sagt sie nicht. Warum kriegt er immer, äh... Ich weiß nicht. Ich glaube, man darf nicht so stark. Kann das sein? Ah, okay, okay. Ja, okay. Gut. Gut. Der erste Wurf ist immer der beste und dann wird's grausig. Komm schon, wirft das Elbe in den Kopf. Schweinehund. Ja, habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, das Let's Play hier. Schweinehund. Moment mal. Nein, ich kann leider nicht zu ihm lenken. Ich denke... Ach, fünf Punkte. Immerhin. Immerhin. Ah, ist in der Tat scheiße. Da fliegt sogar irgendein Sekt. Wetten wir, ich treffe's im Flug. Pass auf, pass auf. Jetzt werfe ich genau in die Mitte und kriege hunderttausend Punkte. Wunderhunderttausend. Na, wenigstens nicht schlecht. Ja, nicht schlimm. Probier ich einfach nächste Folge nochmal. Du hast Glück, dass ich hier keine Waffen ziehen darf. Du hast Glück, dass ich hier keine Waffen ziehen darf. Sonst würde ich dir gleich hier von hinten in den Hals. Mit der Handkante. Okay, bis zum nächsten Mal.